Spreizfußbeschwerden behindern dich beim Training und stören dich im Alltag? Tu was dagegen! Mit unseren neuen Übungen zur Fußstabilisierung wirst du schnell wieder schmerzfrei. Beim kurzen Fuß nach Yandah wird das Fußgewölbe durch aktives Anspannen der kurzen und langen Fußmuskulatur aufgerichtet. Es werden fünf bis acht Wiederholungen in drei Sätzen durchgeführt und die Übung wird jeweils für etwa fünf Sekunden gehalten. Auf der weichen Unterlage des Stabilitätstrainers kann man ideal die Fußmuskulatur trainieren. In zehn Durchgängen wird hier das Aufrichten in den Zehenstand, das Anziehen der Zehenspitzen und das Verlagern des Körpergewichtes auf die Innen- und Außenkante trainiert. Beim Hampelmann auf dem Stabipad werden dreimal zehn Wiederholungen pro Seite durchgeführt. Durch die Stabilisationsarbeit des Fußes kommt auch zur Stabilisierung des Quergewölbes. Eine weitere Variante des Trainings auf dem Stabilisationstrainer ist der Zehen- und Hackenstand, der zu einer starken Aktivierung der kurzen und langen Fußmuskulatur führt. Zehnmal aufrichten in den Zehenstand und zehnmal aufrichten in den Fersenstand pro Seite sind ausreichend. Um akute Schmerzen im Vorfußbereich zu lindern, ist die Massage mit dem Triggerpunkt-Massageball sehr wirksam. Hierfür wird die Muskulatur im Fußgewölbe mit sanftem Druck behandelt. Idealerweise wird die Muskulatur im Längs- und Quergewölbe zehnmal vor- und zurückgerollt. Greifübungen, bei denen Sie mit den Zehen ein Thera-Band oder ein Handtuch aufheben, kräftigen wirkungsvoll die Fußmuskulatur. Führen Sie diese Übung gerne 20 Mal durch. Zehn Wiederholungen des Fußzirkels, bei dem etwa 20 Meter auf der Fußinnen- und Außenkante sowie auf dem Vor- und Rückfuß gelaufen wird, lässt sich die Fußmuskulatur ideal trainieren. Mit Skippings und Sprüngen zur Seite auf das linke und rechte Bein, wo jeweils auf dem Stabitrainer ausbalanciert werden muss, lässt sich die Fußmuskulatur sehr effektiv und abwechslungsreich trainieren. Idealerweise werden drei Serien mit zehn Sprüngen pro Bein trainiert. Durch verschiedene Sprungfolgen mit der Koordinationsleiter, die idealerweise auf weichem Belag wie Rasen oder Sand durchgeführt werden, lassen sich die Fußmuskeln effektiv kräftigen. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die langen Version dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartig Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.